diese schaltung sieht ganz ähnlich aus wie das beispiel mit der ampelsteuerung wir haben wir eine dioden matrix in diesem beispiel geht es jetzt allerdings weniger darum eine sequentielle ablaufsteuerung zu realisieren hier geht es darum eingangssignale in bestimmte ausgangssignale umzusetzen in diesem konkreten beispiel geht es um eine 7 segmentanzeige wir haben 16 eingänge von 0 bis 15 und mit diesen 16 eingängen können wir eine stelle im hexadezimal system darstellen und eine 7 segmentanzeige ist dafür geeignet genau diese darstellung quasi in menschlich lesbarer form umzusetzen wir haben also 16 eingangssignale von q0 bis q15 und je nachdem welches dieser eingangssignale aktiv ist wollen wir auf der 7 segmentanzeige eine bestimmte ziffer sehen also bei q0 die 0 bei q4 die 4 bei q9 die 9 und von q10 bis q15 haben wir im hexadezimal system ja dann buchstaben also von a bis f dann können wir also die wertigkeiten von 0 bis 15 in einer stelle auf der 7 segmentanzeige anzeigen und das prinzip ist ganz ähnlich wie bei der ampelsteuerung wir können jedem eingangssignal bestimmte segmente an der 7 segmentanzeige zuweisen die segmente haben namen von a bis g je nachdem welche ziffer für anzeigen wollen müssen wir eben das eingangssignal über dioden mit den entsprechenden segmenten verbinden dioden brauchen wir hier deswegen und auch das ist ganz ähnlich wie bei der ampelsteuerung dioden brauchen wir deswegen damit die segmente zwar für bestimmte eingangssignale miteinander verbunden sind aber nicht fest miteinander verbunden sind sonst würden ja ständig immer alle segmente leuchten wir lassen den zähler jetzt einfach mal loslaufen und wir sehen die eingangssignale von q0 bis q15 werden jetzt einfach der reihe nach durchgeschaltet und entsprechend den dioden die wir in der matrix eingefügt haben leuchtet die passende ziffer auf der 7 segmentanzeige auf im grunde kann man die positionierung der dioden als eine art programmierung ansehen wir programmieren also sozusagen in hardware in elektronik durch die bauelemente dioden welche segmente bei welchem eingangssignal leuchten sollen diese programmierung kann man anpassen so wie man es eben gerne hätte sprich welche segmente bei welcher stelle leuchten sollen und man kann dadurch zum beispiel die gestaltung ändern in diesem beispiel sehen wir jetzt wenn wir aus dem kleinen c ein großes c machen wollen dann müssen wir eben die dioden entsprechend so umsetzen dass die richtigen segmente angesteuert werden beim kleinen c müssten die segmente d e und g leuchten so waren die dioden ursprünglich und beim großen c sind es dann die segmente d e f und a oder als andere variante wenn wir das kleine c haben möchten aber nach oben setzen dann müssen eben die segmente a g und f leuchten und wir müssen die dioden entsprechend an die richtige stelle setzen und dann können wir den ablauf einfach weiterlaufen lassen wir sehen jetzt dass für den ausgang q12 immer noch ein c angezeigt wird aber nicht mehr das kleine c unten sondern ein kleines c im oberen teil der 7 segment anzeige und so können wir im grunde für jedes eingangssignal beliebige ausgangssignale programmieren und dadurch das aussehen der ziffern auf der 7 segment anzeige bestimmen